So, dann wollen wir mal gucken, ne? Wir müssten ja eigentlich am Rand die nach außen setzen, sozusagen, ne? Ah, weiß ich gar nicht. Lass uns erstmal die Wand, warte mal, eben nochmal. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Das heißt, bis hier würde der Boden gehen. Das heißt, hier wäre die Wand zehn. Und nach innen würden die, ja okay, pass auf, dann machen wir das doch mal so, ne? Dahinter. So erstmal, ne? Also das heißt so. Also hier kommt natürlich noch der, der, ich sag schnell, der Eingang rein, praktisch die, für die, für die, für den, also der Tunnel rein, ne? Aber ich will jetzt erstmal, ich will das jetzt erstmal so skizzieren. Das möchte er, er skizziert jetzt mal sein Leben. Also hier kommen die hin und hier gegenüber, ne? Genau, so, ja genau, so, ne? So wäre das. Dann haben wir hier so diesen Warteraum sozusagen, ja? Und dann kann man hier, warte, dann kann man hier... Ich weiß, ich hab... Entschuldigung, warte. Ah, sorry. Ah, voll der Hustenanfall, ey. Mann, Mann, Mann. Also. Ähm, ich hab das gerade hingebaut. Einfach damit wir sehen können, wie es aussieht. Und so würden wir diesen Durchgang praktisch machen. Ähm, der hat keine Einer Mitte. Also wird's nur Hinfahrt und ne Rückfahrtspur geben. Also zwei, was natürlich scheiße ist. Aber wir haben hier ne Zweiermitte. Also anders kann ich nicht machen. Oder wir müssen einfach einen Tunnel hier durchmachen und dann mit der Achterbahn, also mit der... Warte mal. Moment, wir gehen erstmal schlafen. Ha, vielleicht sollten wir das mit der... Mit der unterirdischen... Also mit der U-Bahn. Unterirdischen Bahn, Alter. Sprich das Wort doch mal aus. Komm, sprich es aus. Wie heißt es? Was bedeutet das? U minus Bahn. Was bedeutet das? U, Bahn. Hm? Na, weißt du es überhaupt? Nein, ich weiß es gar nicht. Hier wollten wir Blumen hinstellen. Warum haben wir das noch nicht? Was machen wir jetzt als erstes? Ähm. Und... Äh, warte mal. Naja, egal wie. Ähm. Vielleicht machen wir hier auch keine U-Bahn hin, sondern einfach so einen Tunnel zum Durchlaufen. Vielleicht machen wir das mit der U-Bahn woanders hin. Obwohl zu unserem alten Haus wäre natürlich schon cool, wenn man da hinlaufen könnte, ne? Also, äh, fahren könnte. Jetzt sag ich auch noch laufen. Bin ich ein dummer Hund? Das werden wir nicht anschließen. Vielleicht also ein Ausgang, aber wo sollen wir da rauskommen auf der Insel da, ne? Ich meine, da könnten wir wirklich nur so ein kleines Ding hinbauen. Oder noch eine Brücke rüber. Und da den Ausgang. Ja, weiß ich noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. wir brauchen zwei und wir brauchen noch ein paar mehr für dahinten 1 2 3 wenn die mal noch ein paar mit sechs stück wird reichen wir brauchen zwar nur zwei aber genau let's go inside war schwierig mit der u-bahn weil wir haben ja noch nicht so die stations wo wir überhaupt die u-bahn hinführen wollen also wo fahren wir dann hin da müsste ja irgendwas sein was weiter weg ist also so wo es sich wirklich lohnt hinzufahren also erstmal müssen wir überhaupt fahren können ach man ich liebe es planungen zu machen finde ich total toll so tja sachen halt planen das könnte man machen in der release version 1 8 keine ahnung 1 1 10 nein es gibt es gibt dann bald aber ja schwierig ja dann weiß ich noch nicht dann weiß ich noch nicht so genau ich habe keine ahnung was wir dahin machen ist auch egal wir brauchen eigentlich auch nicht so viele kisten aber den durchgang freilassen würde ich schon ich würde schon gerne irgendwie würde das schon gerne so machen ich würde schon gerne hier so im wasser so irgendetwas würde ich gerne machen hier aber wir wissen noch nicht was so wenn man natürlich schon mal einen tiefer also so guck mal also das heißt so wenn wir schon mal ein tiefer also wenn wir da jetzt dann das mit glas austauschen irgendwann also praktisch das ändern und sagen okay ab hier ist dann eben halt glas wäre das schon cool ne oder also wenn das jetzt hier unser hat auch immer gang ist irgendwo hin oder wir machen nur den gang zur zum bahnhof ich weiß noch nicht das ist irgendwie schwierig gerade ich finde es schwierig so und da es schwierig ist machen wir erstmal die leichten sachen die einfachen sachen weil da brauche ich nicht nachdenken beim boden irgendwie ist hier drunter eine höhle oder da meine ich das nur haben wir ja vorhin schon gehört eigentlich also die frage beantwortet sich von selbst aber ähm so machen wir mal ein bisschen den boden fertig so wir sollten die verwandeln weil die sind einfacher zu kriegen nachher wieder die ganze welt vollsteht mit diesem kram anstatt birke so dann den und wir machen mal landet hier auf der höhe und dieser höhe dann können wir die nämlich weg machen naja nicht wirklich aber so und dieses und das 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 naja ok den nicht den ja schon so und damit hier nicht irgendwelche viecher noch spawnen so aber das ist doch schon ganz nett eigentlich na so weit wo wir wieder am selben punkt werden wie gerade vor ich muss mir das irgendwie ein bisschen vorsprechen dass es nett ist so also hat immer das auch wird dahinten also da geht es auf jeden fall weiter da haben wir so diesen style hier so jetzt machen wir die erste seite die zweite seite wie auch immer jetzt gehen wir fünf raus also fünfer raum wird das nicht in die richtung sondern hier ist die ecke das heißt hier würde dann irgendwie die wand kommen aber das sehen wir dann gleich ach ja so so da ist an einer so und jetzt haben wir oh shitty in dem midi sage ich euch nur nein nicht schon wieder also was ich meine damit ist folgendes wir werden das ab hier also 5 1 2 3 4 5 machen und hier der in der mitte kann man dreier durchgang laufen und an der seite hat man 1 2 5 zusammen und hier sind die kisten drin und an der seite das gegenüber genauso ja dann ist das nicht so riesig monster mäßig groß aber ist doch so groß für alle sachen die wir so machen funktioniert und ja finde ich ganz cool eigentlich ich meine wie gesagt so viele also so schrecklich viele sachen werden wir ja nicht haben jetzt irgendwie und wenn dann können wir hinten in die richtung immer noch anbauen ich weiß hier alles auseinander ich weiß ja alles auseinander wir gehen mal gucken wie es aussieht draußen ich weiß nicht warum ist dieses ach ja weil der gang ja weiter geht da jetzt habe ich okay passt so äh so ne und hier können wir wieder warte mal sieben stück haben wir noch okay natürlich wenig haben wir hier mal wieder ne dann machen wir auch erde drunter unter den einen ne dann macht glaube ich Sinn das macht Sinn äh lassen wir mal schlafen gehen und dann ja müssen wir uns mal erde besorgen glaube ich wäre schon ganz nice so Schläfchen ihr Lieben ihr Netten ihr Guten ihr alles Baumhaus Baumhaus Höhle Sandfarm naja zur Sandfarm fahren da würde ich also ich würde schon gerne mit dem Minecraft zur Sandfarm eigentlich viel lieber überirdisch als unterirdisch aber hey das ist manchmal so im Leben so ich muss noch irgendwas trinken sorry war aus einer fiesen Plastikflasche weil ich heute zu faul war umzufüllen in meiner Glasflasche zum Beispiel vom vom Sodastreamer ähm weil ich diese Plastikflaschen irgendwie die Idee davon naja ich hab da kein Problem mit na ich kaufe den Mist ja auch in Plastikflaschen aber ja ich trinke sowieso oft Leitungswasser von daher da ist es dann immer so naja okay ähm lass uns mal äh wie gesagt dann haben wir hier diesen Dreier-Durchgang wo man so durchlaufen kann und ähm ja das ist dann im von der Optik her auch reichlich zum Platz haben. Da kann man gut durchgehen. Also hier und da drin wäre jetzt, also gegenüber wäre jetzt praktisch dieser Balken. Den setzen wir jetzt gleich dahin. Das ist alles dann okay. So. So, so, so. Und so. Licht ist so schön. Schade, dass wir hier kein Licht rein machen können, so Tageslicht. Weil oben, wenn wir da oben anstatt einen Weg irgendwie Glas hin machen, also ein Glasweg, weiß ich auch nicht, der passt. Kann man grundsätzlich schon machen. Ja, also man kann ja auch solche Wege hier bauen mit Glasdecke oder so Räume mit Glasdecke oder so, ne? Also das geht schon, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. So, ähm. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Einmal den. Und einmal den. Das heißt, ich müsste nochmal eben hoch. Ich drück schon wieder auf den Knopf mit Rennen, aber ich kann nicht Rennen, egal wie oft ich draufdrücke. Und wir müssen irgendwas mit Sand machen, Leute. Ich sag das jetzt noch einmal und dann ist die Kiste so voll. Wir müssen irgendwas bauen mit Sand. Also nur, dass ihr wisst. Vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht möchte irgendjemand partizipieren und mir sagen, hey, das und das. So. Also. Ich mach das jetzt mal hier vor. 1, 2, 3. Holz haben wir auch noch. 1, 2, 3. Das wäre praktisch der Weg. Hier drauf würde das hier stehen. 4 hoch. Warte mal. So. Da oben kommt der drüber. Der und der. Warte, ich mach jetzt mal eben hier. Oh. Okay. Dann neues Holz, neues Glück. Glück. Ja. So. Ne. Und hier machen wir mal eben den hier. Einfach damit wir hier Licht haben. So. Ne. Also so wäre der Durchgang. Finde ich reicht. Also muss nicht breiter. Und jetzt würde ich hier praktisch äh Kistenlager heißt äh Kistenlager. Also hier zwischen Kisten. Finde ich. Oder? Macht Sinn, oder? Kisten, Kisten. Also Kiste, Kiste, Kiste. Ende. Ja komm. Und da gegenüber genau das gleiche. Also hier wäre der hier angesagt. Ne? Also. Ja, genau. Der wäre angesagt. Also auf jeden Fall. Getting Wood haben wir. Achso, weil ich neu installiert habe. Das ist super. Die Achievements gehen natürlich jetzt von vorne los, weil ich, äh, naja, brauche ich euch nicht erklären. Ihr kennt das ganze Ding. Also. Die waren schon ziemlich scheiße. Also wo man so dachte, ja okay, Achievement Getting Wood. Ja okay. Am Anfang muss ich sagen, finde ich das okay. Da kann man, äh, sagen, okay. Erstmal Holz besorgen, dann eine Achse bauen und dies und jenes. Finde ich, finde ich in Ordnung. Aber später, die Dinger waren einfach, naja. Sorry, eben trinken. Ähm, vor allen Dingen, das Problem ist ja da dran, die machen ja nichts Sinnvolles. Also die Sachen machen ja nichts Sinnvolles. So und hier würde ich sagen, warte mal, hier geht das natürlich nicht auf, dieses Ganze, weil das drei breit ist. Das heißt, hier müsste was anderes hin in die Ecke. Warte mal, wenn ich jetzt hier, also eins, zwei, Warte mal, noch mal eins. Äh, warte mal, wir machen das mal so jetzt. Ähm, Moment. Also hier zwischen, Kisten, da Holz. Kisten, Holz. Äh, Holz. Okay, das würde doch schon funktionieren. Wisst ihr, was ich meine? Das hier ist dann irgendwas. Das weiß ich noch nicht, was wir damit machen. Aber. Hä? Relativ easy die ganze Sache, wie er das macht hier, ne? Also theoretisch und praktisch. Ich meine, die hier ist natürlich dann Bullshit. Obwohl, die haben wir da auch doppelt, ne? Ja. Dann ist das hier so. Ja, aber das ist auch nicht schön. Und das müssen wir irgendwie anders machen. Das machen wir auch anders. Äh, da weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie wir das machen. Ein bisschen viel Fackeln, aber können nicht schaden, weil aber so ist das doch, so ist das doch nett, oder? Irgendwie ist das doch in Ordnung. Also ich finde das in Ordnung so, ne? Und dann reißen wir mal den Boden raus und machen wir das hier auf der Seite auch. Genau, das werden wir machen. Und dann reißen wir mal den Boden raus. 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 Vielen Dank.